Wir gehen rein in die Reactions. Let's go, Leute. Auf geht's. Bei die Yammer. Daniel Lambert! Hey! Ich bin da! Mensch, wow! Dann gehen wir rein, die Bücher. Mach mal ein schönes Bild in die Kamera. Ach du Scheiß. Boah, ist ja fürchterlich, Digga. Moin, moin, meine Aktiven. Bist du Fortnite? Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Also, wenn man sich jetzt den Stream anschaut, wie könnte der heißen, sag ich mal? Thomas. Das sieht doch aus wie so ein Thomas. Ja. Dominik darf jetzt nur... Genau, der ist es. Auch ihr, gerne, dürft nur mit Ja oder Nein Fragen rausfinden, was es ist. Also, Dominik darf zum Beispiel sowas sagen wie, ist sie jung oder alt? I'm Fortnite. Ach so, ist sie jung oder alt, ja. Ja, Moin. Perfekt, Digga. Perfekt, optimal, Bro. Spongebob, Synchronsprecher, alles krass. Tja, das ist jetzt nicht die Stimme, die ich meine, die ich mir unbedingt aneignen will. Du Sohn. Nee, ne? Das ist ja wohl ein ganz großer Bits jetzt hier. Marcel, mach ruhig. Also, ich meine, dass die 6,95 kosten. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. Ich dachte leider, dass ihr zuerst mich hasst. Dann dachte ich zuerst, dass ihr die LGBTQ Farben hasst. Aber es ist der Preis. Das meine ich. Ich weiß nicht, was ihr gedacht habt jetzt. Ja, gut. Nee, dann haben wir das hier nochmal geklärt, Alter. Wow, wow, close, Alter, wow, close. Oh mein Gott. 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 Hey, er ist nervös. Lass ihn, Isa. Er ist nervös wegen dir, Mann. Wie kann man so bei ihr Schissen sein, Dicke, ja? Hm, bist du eine Redzone? Fuck denn, mein Kolben aktiviert sich. Ach, Romatra, halt deine Fresse. Omega Lul. Dicke, ich geh nie wieder mit dir mit's Gym. Scheiß drauf. So, satter H... Sohn. Hey, Wallah, Krise. Wonach... Hugo, ey. Scheiße, Mann. Wonach schmeckt der Tisch? Alter, das ist ein Wix-Table. Äh, Alter. Salzig, Alter. Komisch, ey. Klebrig. Also, es ist ein sehr tiefgründiges Thema, okay? Bist du bereit dafür? Nee, ich will's nicht wissen jetzt lieber. Wieso, was ist? Am liebsten spritz ich im Stehen ab. Das heißt, ich steh mal genau so und spritz in diese Richtung. Angenommen, du hast gerade wirklich mit der Zunge über den Tisch gedeckt. Dann könnte es sein, dass du morgen schwanger bist. Oh, nein! So ein Ding ist das. Agatha hat wieder salzig gekocht. Sieht 7 nicht aus dem Sat.1? Ey! Ich bin fast ausgerastet im Call! Ey, ganz ehrlich, ist es tatsächlich nicht so schlecht. Ich kann mir vorstellen, es öfters zu spielen. Aber ich sag's jetzt im Mute, damit die es nicht hört. Wie findest du das Spiel? Wie ich das Spiel finde? Mhm. Ähm, eigentlich... Ey, ich glaube, wenn man zu viertes spielt, ist es übel geil. Könntest du dir das vorstellen, öfters zu spielen? Wer von euch kleinen B***er hat gesnatcht, hä? Ach, warum hättest du nicht? Hallo! Hallo! Ähm, ne, warum? Hm, nur so. Die sind so süß, die beiden, Mann. Die sind so süß. Äh, Alter, wenn die Kinder bekommen, ey. Das werden richtig hübsche Kinder, Mann. Die werden richtig hübsch, ich sag's euch, Alter. Weil Sascha, muss man ehrlich sagen, Sascha ist so eine Person, die sieht schon in Videos extrem geil aus. Und maybe bin ich jetzt hier grad ein bisschen süß, aber ARL sieht Sascha so nice aus, Alter, dass man ihm direkt den Schwanz lutschen will. Interessant. Chat findet die Snitch, findet die Snitch und Banzi. Hast du mich schon mal angelogen? Ja. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich werd erstmal simpel versuchen, und die Trafikreiber Treiber Die Trafikreiber zu installieren. Die neuen Trafikreiber. Boah, Bruder, ich hab ein neues Louis Vuitton Parfum drauf, Digga. Das riecht so lecker aus. Digga. Weißt du, dass mich jetzt alle Winnie-Pooh genannt haben? Ne, weiß ich nicht. Hm, echt nicht? Ne, also wann war das? In der Grundschule? Nach Nico's Dream. Warum haben die dich Winnie-Pooh genannt? Weil die meinten, irgendwer hatte reingeschrieben, dass ich ihn anschaue wie Winnie-Pooh sein Honig. So hab ich geguckt. Aber ich kann dich nicht so anschauen. Wolla Krise. Winnie-Pooh hat nämlich Diabetes. Winnie-Pooh hat nämlich Diabetes. Winnie-Pooh hat nämlich Diabetes und deshalb kann sie mich nicht so anschauen. Halt deinen Maul. Ja, wahrscheinlich ist es auch noch genau meine Box. Wen wollt ihr verarschen? Hey, hallo, was passiert hier? Ja, mach ich doch. Ey, ja. Eine Minute, ja komm. Boah, ich find's grad gar nicht witzig. Ich find's grad 0,0 witzig. Boah, mein Mate dreht sich schon wieder, hä? Max, bist du lost? Name passt ja schon mal. Oh, oh. Oh, der Ferrari stinkt sauf. Hä? Hätte er jetzt nicht unbedingt sein müssen. Guten Chat. Wir sehen uns am Sonntag. Bleibt gesund. Bleibt stabil. Schönes Wochenende wünsch ich euch. Schlaf gut. Und wir sehen uns. Wann sehen wir uns denn? Ja, am Sonntag. Am Sonntag sehen wir uns. Ganz entspannt. Wir fahren nach Belgien, Digga. Was geht ab? Belgien! Digga, in diesem Bus musst du so stinken, Alter. In diesem Bus musst du so nach Schwanz, Schweiß und Wichse riechen. Holy shit. Und drauf! Belgien! Belgien! Ja. Das Ding ist fried, Digga. Auf dem Weg nach Belgien. Geht's mal nach den fetten Stocken. Holy shit, Alter. Bock! Danny Burger Tour. Ey, kennt ihr, wenn ihr einfach sitzt und dann läuft einfach so ein Tropfen Schweiß unter eurer Achsel hervor? Kennt ihr das? Wenn es wirklich einfach so ein Tropfen ist, der läuft. Also es ist nicht so ein bisschen nass, sondern es läuft einfach so ein Tropfen. Das hatte ich gerade simultan auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten sind gerade zwei Tropfen Schweiß einfach runtergelaufen. Hä? Wieso kennt ihr das nicht? Seid ihr keine Menschen? Wer will das auflecken, Chat? Wer will hier einen Achsel lecken machen? Wer will meine Achsel lecken? Nein? Niemand? Okay. Nick Björn. Won't you come back no more? That's right! Der ist weg, Alter. 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 Da muss ich den gerade eingreifen. Alter. Der hat auch einen Beitrag zu eurem Stream leisten. Joojojoo. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Ach du Scheiße, das wird ein easy, das wird ein easy One-Tap, aufschluss Stark, dicker, ja? Seitdem habe ich übrigens Text-to-Speech aus, Alter, hier donatet keiner mehr Geld rein bei mir, ja, dicker, ja? Ich sag's wie so, dicker, ja? Ich hab genug Geld, dicker, ja? Moin, moin, meine Aktien! Sohn! Ich rede wirklich leise. Ich, wirklich, also ich, wirklich, ich schreie nicht rum. Bin ich zu laut? Test, 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 test! Digga, du siehst aus, als wenn du ein Camel-Tor hattest, du, digga? Das war's, einfach sein Cock. Cooler Pullover, danke dir. 55.000 Zuschauer, ja, was sollen wir spielen, Chad? Ach nein, das kann man doch mit dem nicht machen, Bro. Alter, das kannst du nicht mit mir machen, Alter. Doch, nicht mit dem, der stirbt doch. Das kannst du nicht machen, Alter, wirklich. Nee, das ist nicht witzig. Jetzt müssen wir im Casino Cash machen. Bis zum Casino kein Unfall. Er fährt einfach weiter, digga, er scheißt da drauf. Jetzt aber ganz sicher unterwegs hier. Oha, oha, what the fuck, Bro? Ah, da haben wir sie. Das hat, also, die zwei... Wer, bitte? Nein, zwei Szenen haben nicht zusammengehört. Das ist nichts passiert. Was habe ich gemacht? Ich habe nichts gemacht. Das hat nicht zusammen, das hat er so geschnitten. Deswegen wolltest du mir das Video nicht zeigen. Aber jetzt einmal kurz zurück, ne? Oh, sei denn der Bildschirm ausgegangen? Ich weiß noch nicht. Geh, Bauer. Alles klar, Mark G. Bauer. Nein, es ist gar nichts passiert. Eine Sache musst du wissen. Und zwar, guck mal. Nein, nein. Ich sehe Gott. Ich erkläre dir jetzt was, okay? Der Bereich hier, der ist zugeschnitten. Der gehört nicht zu der Szene. Hungriger Hugo, der macht immer solche Zusammenschnitte. Ach nee. Die sind nicht echt. Okay. Ach so, Hungriger Hugo ist also jemand, der die Realität fälscht. Okay, und du meinst, ich sollte das einfach abkaufen und sagen, Ja, natürlich, selbstverständlich sieht es ja genauso aus. Was müssen sie tun, wenn sie bei einer nächtlichen Fahrt auf freier Strecke Ermüdungserscheinungen spielen? Radio einschalten. Ich bin so voll müde. Auf einmal scheißegal, let's go. Ein Auge fällt schon zu. Egal, gib ihm böse, Freunde. Let's go. Digga, was ist das hier? Was ist das? Sie wollen mit einem Automatik-Pkw hydraulischer Wandler. Bin ich Mechaniker geworden oder was, Bruder? Woher soll ich das denn wissen? Wir benötigen mindestens die Fahrerlaubnis der Klasse BE, denke ich, oder? Weil das hört sich so Bonus an. Boah, das weiß ich jetzt nicht, Alter. Ja, okay. Ich muss den gelben Pkw durchmachen. Alter, das mache ich auch nochmal in Führerscheintest. Du hast Vorfahrt. Hä? So nur 30 Fehlerpunkte, alles entspannt. Nichts, ich stand.